Wie sich das jetzt gerade angehört hat, mit der Ancient Musplay, da ist natürlich der Minecraft Inspektor hier bei uns, aber der muss da schon mal gucken, ob da alles nicht seine rechten Wege zugeht. Wieso? Ah ja, der Ancient Musplay inspiziert wieder. So. Hä? Bus! Weißt du, der Hände heißt doch schon, Vorsicht, Flachfilz. Brauchst die Füße nicht heben. Der fliegt unten drunter durch. Warte mal ein paar Kaktusen. So, Flachwitz im Let's Play. Nichts Ungewöhnliches möchte ich jetzt meinen. Hört man ja ständig, war ja bei mir im Let's Play. So, oh, ich überlege gerade. Hier hat man doch hochzug gefarmt, Kian. So. Und endlich, fertig. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube ich mache das mit vier verschiedenen Farben. Sieht cool aus. Da haben wir da das, dann würde ich hier drüben. Was sieht denn cool aus? Das Grün sieht geil aus. Rot sieht geil aus. Dann brauchen wir vielleicht noch Orangisch, ne? Dann nehme ich hier jetzt Grün. Ich gehe auf... Das sieht auch geil aus. So, ich gehe jetzt rot. Rot 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 Ich habe zwar gesagt, dass ich das Display eventuell bald canceln werde, oder nicht canceln, aber auf jeden Fall geringer macht man, aber ich glaube, ich weiß nicht, solange ich es hinkriege, solange ich es hinkriege, äh, weiß nicht, peint doch nicht. Sieht an sich gut, der Mann. Und ich wollte danach eine HG-Map machen. Ich glaube aber eher, dass ich die HG-Map zu Staffel 4 mache. Okay. Wäre dann bei Folge 4 gewesen. Wäre dann bei Folge 4 gewesen. Jo, die... Die Map soll ja auch geil werden. Mit... ...vielen... ...Specials. Nicht nur so ein... ...billig... ...IKEA-Ding. So. Jetzt habe ich Ikea aber gegeben. Ich glaube fast, dass ich mich erst um den Außenbereich kümmer, und dann eventuell die... ...in... ...inneren Map mich... ...hat jemand einen Dia... ...mach... ...Kit-Starter... ...ääh... ...Kit-Starter... ...bekommste einen... ...Echtschreibung... ...Skills 5000 plus. So. 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 So habe ich auch falsch gekriegt. Oh, Mann. Moment. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich... ...das so mache. ...GEET-S-Tort... ...K~~S-Tort... ...Gieße aus? ...Doch schon eher so, glaube ich. ...DAN-MUS-MAN-DAS- TONS-BELI... ...DAN-MUS-DUN-DU... Die Nap aber im Unikball grafen, das heißt ja sie bei der Ressource-Pack betrachten. So. Ich überlege gerade wie ich das jetzt hier mache. Ich könnte jetzt hier... In neue Tropenholz, gell? Genau. Okay Manns, sei doch mal netter. Ist Zucker. Da denken wir hier den Chat doch. So. Ich würde jetzt mal gucken, dass ich hier vielleicht eine Palme hinbekomme. Das wird bestimmt lustig. So. Eine Palme. Das sind so die schlimmste Palme, die ihr je gesehen habt, glaube ich. Äh, Tropenbaumhol-laub... Oh mein Gott. Ich versuche gerade eine Palme zu bauen. Das wird eine Katastrophe. Ich weiß zwar jetzt nicht genau wie eine Palme in so eine Paintballmap reinpasst, aber ich habe gerade Lust dazu. Ich kann sowas auch nicht. Ähm. So. So. Und so. Und dann hier so ein bisschen so. Und wenn ich jetzt weiter so kommentiere, dann schlage ich mir, glaube ich, selber die Zunge ab. Na gut. Na gut. Ich kann eh nichts bauen. Tja. 800 Folgen Minecraft Singleplayer Skills. Ähm. So. Dann könnte man eventuell... Ich... Hier, sag mal mal... Es wird eine Katastrophe. Ich sehe es, ey. Das ist... Das wird... Das wird keine Palme. Das wird eine Missgeburt einfach nur. Man muss es leider so hart sagen. Voll krumpelt diese Palme, glaube ich, komplett. So. Hier, ich würde mich überhaupt auf jeder Seite gleicher machen. Also schon auf... Ja, das... Guckst du hier, weil mein Teil hier ist. Jetzt reicht's aber ja. Ich muss mich eigentlich für alles entschuldigen euch mal. Äh. Reicht's ja. Jetzt ist... Jetzt ist oft mal genug hier, ne. Also... So. Und dann... Hier noch. Jetzt ist es bitte noch mehr unnötige Blöcke. Das wäre die Palme jetzt an sich schonmal. So. Ungefähr. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. So. Wenn wir jetzt... Sag mal mal hierfür noch... Ein bisschen da hin machen. Und dann da noch ein bisschen da hin machen. Könnte man da... äh... Hier noch ein bisschen was hin machen? Gut. Hallo. So. Jetzt an. Und eventuell da noch. Okay. Das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Aber... Das vielleicht. Also... Ach man, das... Vielleicht mache ich das so. Uh. Vielleicht mache ich das so. Das könnte vielleicht... aussehen. So. Dann hier. Dann hier. Ich glaube, die könnte sogar gut werden. Also so halbwegs. Brauchen wir einen Spezialisten ein, glaube ich. Da ist jetzt noch ein Block drinnen. Da ist noch ein Block. Da ist noch ein Block. Ich glaube fast, dass die vielleicht übertrieben sind. Dass ich einfach... Das... Ein bisschen mehr so hinhängen sollte. Dass die teilweise einfach ein bisschen mehr hängt. Dann ist aber auch das Zeug drinnen. Dann muss das glaube ich... Hä? Was habe ich denn da? Achso. Das sind verschiedene... Das waren verschiedene... Sorten. Von Palme. Dann muss ich aber wirklich komplett hängend machen. Also kommt auch hier die beiden Seiten. Die werden dann... Zuhängezweigen... Dann muss man vielleicht auch... Äh, lass mich raus! Ähm... Diese Zuhänge... Zweigen machen... Ich verunschalte die Palme jetzt komplett setten. So dann bis sie richtig scheiße aussieht. So dann... Zeig mal, dass das noch so macht. So dann... Zeig mal, dass das noch so macht. Ähm... Ich brauche hier mal nen... Palmen... Palmen... Bau... Palmen... Bau... Beratungs... Diplom... 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 Experte... Mit... Doktortiteln... Ich schaue kurz, ob ich noch Warzen habe. Alter... Ach, die war... Alles klar. Ähm... So, dann würde ich hier einfach mal... Drei Büsche rumsetzen. Und dann hier noch drei Büsche. Und dann könnte man hier eventuell... Einen Kiesweg hin machen. Genau, an der Stelle will ich ihn glaube ich nicht haben. So, machen wir jetzt dann so. Und dann so und so und so und so. Und dann macht man hier... Ähm... Leiter... Proxy Restart in wenigen Sekunden. Okay, dann würde ich sagen... LP beendet... Für heute. Gute Nacht. So. Das war's. Wir gehen zurück zum Hauptmenü. Abbrechen. Und... Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Äh... Ich hoffe es hat euch gefallen wieder. Und... Bis dahin. Adios. Wenn ihr noch Tipps habt, was ihr hier im Ende in die Web reinbauen könnt, dann... Äh... Immer her damit. Tschüss.